Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute am Nikolaustag singen wir zusammen der Bischof von Myra mit dem Schulchor der Domschule St. Martin in Naumburg. Von über die Stadt liegt nach mehr, war gut zu den Mädchen und war viel geseh'n. Sein Name war Nikolaus, was ist wohl bekannt, bei großen und kleinen Glatzen nach. Alle Freunde, Kinder, alle drei Not, so schenkte er Freude, so liebte er Gott. Und lasst auch heute die Freude ins Haus, wie Heilig singend von Nikolaus. Den Abend, den Vater, der Beutenshaus, war wertvoller Schätze für um Lande aus. Und ging es den Kleinen und schlampfen nach Schlecht, als stand er zur Seite und sorgte für Rett. Mein Freund, der Kinder, alle drei Not, so schenkte er Freude, so liebte er Gott. Und lasst auch heute die Freude ins Haus, wie Heilig singend von Nikolaus. Und die Freude ins Haus, wie Heilig singend von Nikolaus. Untertitelung des ZDF, 2020